Das Schwing- und Elblerfest 2018 auf der Rigi, der Königin der Berge. Wer holt sich den Sieg in der einzigartigen Naturarena und dreht sich ein in die Chronik der glorreichen Siegern? Wir zeigen es Ihnen am Sonntag 8. Juli, ab 8. 10 Stunden schwingen live auf Ihrem Zentralschweizer Fernsehen Tele 1. Das Rigi-Schwing- und Elblerfest wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge. Der Rigi. Aussteigen, geniessen. Ganz einfach. Migros Luzern. Mit Ihrem Versprechen. Aus der Region für die Region. Karl Bucher AG. Für Schreiner arbeiten mit Schwung. Radio Pilatus.